Wir haben unter Haugen, 20.11 Uhr. Wir sind auf dem Weg zum Oro. Wir sind heute Morgen um 7 Uhr in Darwin losgeflogen. Da ist Kiel vor. Wir haben jetzt 4 Stunden Aufenthalt in Alice Springs und haben uns ganz spontan ein Auto gemietet und sind mal in die Stadt reingefahren. Genau hier haben wir vor 10 Jahren schon mal gestanden und haben uns diesen schönen Sonnenuntergang angeguckt. Aber das hier ist jetzt auch schön. So, da sind wir angekommen. Unsere Koffer sind auch schon beide da. So, wir haben Viertel vor 6. Wir stehen am Ayers Rock, sind sehr ergriffen und warten jetzt auf den Sonnenuntergang. Wir haben einen schönen Platz in den Sommerfesten. So, das war's. So, wir haben die Werbung auf dem Sommerfesten. So, wir haben sie wieder gesetzt. So, wir haben einen schönen Platz. So, wir haben ihn wieder aus. So, wir haben uns mit in der Schule auch noch etwaseliast. Wir haben sie, wir haben uns mit.